die ringe der macht oh mein gott du hast gesagt komm lappen wenn man dir folgt fährt man die ich hab nicht gesagt du sollst in den raum folgen ich hab ein zahn hier habe ich dein schiffsrad wo bist du denn da aber das dreht von alleine wo fährst du hin wie bewege ich das denn hast du frei runter gedrückt oder nach oben eben ich hab gar nichts gedrückt du bist einfach draufgekommen wir sind abgenimmelt na guck mal jetzt leuchtet nach oben gut gemacht hey kommt zurück er kommt nicht mach was ich sehe nichts aber ich glaube das jetzt komplett weg jetzt kommt ja jetzt kommt da was hast du gemacht links ist schade also hast du doch eben den schalter um uns in die hölle zu fahren vielleicht der fährt bestimmt jetzt ganz durch hat doch nicht jemand noch nicht drauf der ich wollte gucken dass feiner oben jetzt kommt jetzt habe ich noch auf komm auf warum okay ach geh fort wo er ist danke ich bin da oben ja ich hab mich kopf hat dann drehen wir an dem rad vielleicht geht es dann du bist einfach zu schwer eine klasse hält er nicht aus eine schnauze drehe am rad ja tue ich doch wie drehe ich denn am rad ich habe hier mehrere symbole uff uff hallo irgendwas bei dir passiert ne wie ne und jetzt hallo warte mal warte mal ich hole aufzug runter dann ja will ich auch hoch weil ich hab hier nix ja wie kommst du hoch ja keine ahnung guck ob du ein rad hast oder so um mich hochzuholen ich hab ja kein rad glaub ich dir nicht aufwärts hallo ok ja doch ich komm hoch ich hab hier nix was dann lass mich wieder runter der ist weg komm ist noch ein schalter das sieht doch schon aus wie das ende jetzt schon wieder die scheiß symbole hier ja vor allem du kannst dir nix machen ja tja 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 ich fahre wieder runter warte mal der fährt nicht was hast du gemacht dass der fährt auch ich glaube wir müssen die symbole wieder einstellen nach dem schema jetzt ja aber wobei ja da wo wir eben gedreht haben quatsch kommen wir da überhaupt hin ja dies sind die symbole die bei mir auf den dingern waren warte mal passiert was von dir wenn ich das mache ja das tor geht hoch achso was hast du denn jetzt gemacht hä was hast du denn gemacht das ist das steuerrad hier unten ja mach nochmal mach ich machs gut du Lappen ja hab ich schon gedacht blöde potzer weil ich ein Stück Scheiße ja ich brauche ein Stück Scheiße ja so ein segments ich brauche ein Stück Scheiße der hat sich echt zurückgelassen traurig sender mit dem arschloch was hätten wir denn anders machen sollte ich dachte ist eine plattform dass das tor aufgeht ich habe noch eine idee ich habe ein paar die dinge aber du wolltest gut gemacht waren so gemacht also gar bedankt für zuschauen was viel spaß beim zuschauen war doch mal die stresse ich war es nicht viel spaß beim zuschauen maul jetzt vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal macht gut